und also wenn man mal im kopf dann geht ja heute ist mein Lohn endlich kommen wenn er verloren mit der Ruhige an und jetzt ist er schon leber ja und jetzt wird Geld gekriegt hat ist er arrogant geworden ja er bringt mich hier abgeholt ja ich bin ja oh mein Gott das ist einfach nur zwei verschiedene Wege oder was wär ja schon über die Box 4 von 32 Trockenladungen hm spring doch aber wo komme ich hier wenn ich für den Booster gehe ach so ok so manche das heißt für den Booster am Anfang ist einfach ja nur verpiss ach mann da gibt es nicht nur zwei Wege oben was ist das für ein Skita äh jede Runde erster ne scheiße oho das ist ein ganzes Wisch nur ok ich halte mich einfach nur die einfachen Wege hier wie so gut aussieht aber ja wenn du siehst ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich nicht ich bin ich nicht glauben nur noch mit mit und er hat sich geschafft haben ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ne ne n du musst den Schnauz aufmachen irgendwie da der Lolli hat mich so zielgeschleudert den Ecke fand ich fies hab ich das beim ersten Mal geschafft ja den Boost mit Kreisel hab ich dreimal gebraucht wieviel? 400 Euro? ich muss den Knopf da drücken jetzt kanns ja rüberspielen weiß ich nicht so dann müssen wir ein paar links rum das ist ja ein Knopf ich hab jetzt da geht's ne Ausrüstung in diesem Event das war schon nicht gut diese grüne da ne das neue Event und das Vampir genau da hab ich grad Ausrüstung über 800 gefunden uuuuuh 850 4 4 du gehst einfach zu lange mit dem Spring ne 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 jahre ähh 63 jahre 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 das ist ja ein wunder das du überhaupt mich jahre 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 jahre